Boah! Das ist ein Monster! Ja, 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 ja! Nein! Hallihallöchen und willkommen hier zurück bei einer neuen Runde von Sky Survival oder seiner weiteren Folge zusammen mit dem Mindjust LP Juttentag! Juttentag! Ja, und jetzt mal wieder, auch wieder schon wieder, lange her, lange her, eine Runde Sky Survival und, ja, jetzt gibt's auch mal wieder hier bei mir die kommende Woche, wenn ihr das hier seht, gibt's jetzt die kommende Woche ganz viel Sky Survival, weil ich einfach übelst wieder Arbeiten schreibe Keine Zeit hab, irgendwas anderes aufzunehmen wahrscheinlich Und, äh, ja, ne, Dustin? Wir haben ja unsere Arbeiten schon fast alle hinter uns Ne, ich noch nicht Oder alle, weiß ich nicht Ja, und, ähm, ich habe oder warte mal, wir waren das letzte Mal auf der Insel da oben, ne? Äh, ja Gut, ähm, die Insel hatten wir fertig, wir hatten da irgendwie ein Buch oder so, meine ich bekommen, irgendein, irgendein Rätsel oder so Was wir auch noch machen wollten Wieso, dass du das irgendwie verloren hast oder so? Hab ich das verloren? Weiß ich nicht Ähm, Widdle my Widdle Ähm, keine Ahnung Das war aber, glaub ich, schon auf der Insel da oben Ja Egal, ich würd sagen, wir gucken jetzt Wir können ja auch mal auf die anderen Inseln da hinten gehen Würde ich auch sagen Da hinten, äh, sind ja auch noch welche Oder da, oder Ja, so, warte mal Welche Blöcke brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Penis Einen Emerald Block Einen Diamond Block Ja Noch einen Emerald Block Noch einen Emerald Block Sag mal! Kannst du mich verhaschen? Toggle Downfall Wisst ihr, ne? Vor der Aufnahme habe ich schon 3000 Mal den Niederschlag umgestellt Und das kommt einfach immer schon wieder Wenn man's nicht durchregnen lässt Und den Niederschlag umstellt Dann kommt das richtig auf Man muss es irgendwie durchregnen lassen Aber ich hab jetzt auch da gar keinen Bock drauf Emerald Block, Diamond Also ein Emerald Ein Diamant Zwei Emerald Drei Emerald Ähm, vier Emerald Äh, zwei Diamantblöcke Fünf Emerald Hier ist der Witch Boah, was? Ich denk grad so Hä? Was ist denn das? Jetzt hab ich hier Hier ist ja ein Block kaputt gegangen Nein! Die Witch hat mich mit den Gifttank beworfen Alter! Noch zehn Sekunden! Difficulty Easy Pass auf, dass du dich nicht killen lässt Boah, Leute! Noch vier Herzen Ja, jetzt hält ich hier hoch Ich hab mal auf einfach umgestellt Ja, das küll ich dann daran Dass wir jetzt in der 1.7.2 schon wieder spielen Boah, ich hab mal irgendwo ne Hexer, Alter Ja, ähm Auf welche Insel gehen wir denn? Nein, also da hinten hatten wir ja letztes Mal Spaß Das erkennt man ja noch Boah In der vorletzten Aufnahme Also in der vorletzten Aufnahme schon? Ja, in der vorletzten Aufnahmesession Echt? Lol Naja, gut, komm Wo ist denn hier was? Boah, guck mal hier Hier sind ein paar Squids gespannt Alles gut Ja Bomb Ich hab ein Tintenfläschchen bekommen Och, wie wunderschön Ähm Auf welche Insel wollen wir denn gehen? Ähm, wo bist denn du? Ich bin hier auf unserer zerbombenen Insel Guck mal da, wir könnten da vielleicht da hin Wo diese Lavaringe Dinger sind Ach, ich kann Optifine scheiße Naja, ich kann ranzoomen Ich hab mal den Zoom bei mir Auf die mittlere Maustaste gestellt Das ist richtig praktisch irgendwie Ich bin's mit Steuerung gewohnt, deswegen Ne, aber so So, wenn du das so aus Shooter So Left 4 Dead oder so Das ist ja meistens immer in der Mitte Und dann kannst du dir irgendwie das besser merken Das find ich aber richtig ungewohnt Deswegen, ich kann's ja jetzt mit Steuerung Kann ich's mir am besten merken Ja, aber auf Steuerung grenzt du ja auch Ja, ich renne aber trotzdem mit Doppel W noch Ne, aber echt Ich bin's einfach so gewohnt Und ich hab keinen Bock mich umzugewöhnen Man muss echt sagen Mit Steuerung Kannst du also so in Kampf Guck mal, wenn du jetzt so gegen einen Block läufst Guck mal hier Justin Ich laufe jetzt hier gegen einen Block Und gehe hoch und sprinte direkt weiter Das ist eigentlich recht praktisch so im PvP-Sack Aber ich würd sagen Wir gehen da oben auch mal rauf Hast du irgendwelchen Stuff dabei zum Hochbauen? Ja, ich hab ein bisschen Erde Das war jetzt irgendwie voll die Frage an mich selber Hast du ein bisschen Stuff dabei? Ich hab noch 59 Holz Ich hab noch ein ganzes Stack Erde Ich hab voll viel Lederrüstung Warum hab ich so viel Lederrüstung im Inventar? Ja, ich glaub von letztes Mal oder so Welches hab ich drin? Das Ozu-Craft, glaub ich, ne? Ja Ich hab jetzt mal das Ozu-Craft drin Das Specs drin So wie ich das eigentlich immer drin hab Keine Ahnung Ich kann halt einfach mit dem Specs am besten spielen Und finde auch, das sieht super aus Keine Ahnung Achso Ja, stimmt, wir wollten da ja hoch Alter, das ist so übertrieben Wie schnell man Essen verliert, ne? Lol, das ist so ein richtig fettes Schloss Lol, lol, lol Du musst dir da Du musst mal hier hochkommen Und so Fuck, Alter Bisschen näher kommen Wie dir knackt grad einfach mal so alles Wie neben dir knackt alles? Keine Ahnung Irgendwie So eine andere Ecke Alles knackt da erst mal Chaos bricht zusammen Junge Junge stirbt während Aufnahme Weil's Haus zusammenbricht, ey Ich muss dir mal vorstellen Weißt du, hast hinter dir so einen Schrank stehen Mast-Facecam Und das Schrank macht Einfach mal hinauf Ich glaub, ich würd so ein Lachflash kriegen Boah, kommt da einfach was rein, Alter So ruhig radam Muss dir aber vorstellen Kommt einfach so ein Auto reingebrettert Boah, Junge Boah Man, das ist so witzig Wahrscheinlich baue ich mich gleich einfach so in die Lava rein, Alter Radam Ist ja so witzig, ne? Mit so Lachen Du könntest eigentlich schon fast gerade gehen Ne, ne, ne Noch viel höher Du kannst mal losgehen mit neuen Materialien holen Hast du nix mehr? Ich hab noch 22 Ich hab noch 14 Pflastersteinen Wir kommen da noch an Ich mach noch zwei Pflastersteinen dann Und ich hab noch 45 Ziegelsteinen Ich nehm als erstes mal den Ziegelstein Den brauchen wir ja eh nicht, oder? Nein, eigentlich nicht Ja, also Am besten so Wenn wir uns jetzt hier gleich durch die Lava durchbauen Dann fängt das Holz an zu brennen Direkt unter uns Und wir peilen das nicht Weil das so unter dem Holz brennt Wollen wir vielleicht aufhören, mit dem Holz zu bauen? Ich hab eh kein Holz mehr Ist auch ne bessere Angelegenheit So, ich fang jetzt mal an Ich hab einen Sand noch Ich fang jetzt mal an Mit den Steinziegeln hier zu bauen Das wär so Das wär irgendwie so typisch wie Wenn das Holz so anfangen würde Und so runterfallen würden Dann fängst du dauernd nicht sterben werden Boah, war das knapp, ey Das ist doch richtig knapp Was ich hier grad gemacht hab Ich hab Angst Warte mal, wie Jetzt kann man schon fast drüber gehen, ne? Ja, jetzt geradeaus Ungefähr Ja, ich schätze auch mal Das ist die Söhne sogar Boah, ne, wenn ich jetzt shiftlos aus, Alter Ich verkrampfe mich hier grad richtig Das ist richtig schlimm Wie ich grad hier sitze Richtig verkrampft Mit Leertasse Ich weiß nicht Voll viele haben damit Irgendwie voll das Problem Das gedrückt zu halten Und so Die verkrampfen sich dann voll Keine Ahnung Ich hab damit nie ein Problem gehabt Ja, ne Ich verkrampfe irgendwie Ich verkrampfe irgendwie Immer meinen kleinen Finger dabei Weil du So rein drücken willst Weil du Angst hast Das, äh Fällst Oh, ey Wieso noch Flastersteine? Hm, hab ich noch Das wär mega behindert Wenn jetzt, ne? Du musst dir vorstellen Wir sind schon fast da Und dann Dann klappt es nicht So, Mann Rennt Ach, du heilige Scheiße Wieso? Guck mal da runter Hm, warte Hi Oh Pff Wenn ich einen screenshot machen will Da kommt noch einer Fall ich erstmal rein Ich bin tot Wie? Das Skelett hat mich mit einem Feuerpfeil runtergeschossen Wo, auf Nach ganz nach unten? Ja Was? Alter Mit einem Feuerpfeil? Ja, die haben so verzauerten Bogen Das Flame und alles drauf Da ist auch richtig harter Rückschluss drauf Weil so nah am Rand war ich gar nicht Lol, lol, lol Die explodieren gerade richtig viele Creeper Oh, ja Ein halbes Herz noch Alter, what the fuck Was war das denn? Oh Ich bin runterge... Ich hab mich der Schwerkraft zum Opfer fallen lassen, ey Wie dumm kann man das sein? Alter, was ist das denn? Was sind denn das für verzauerte Mistviecher? Was denn? Was ist das denn? Was sind das denn? Für verzauerte Mistviecher, ey Das ist so geil Ja, du findest alles geil, was ich sage Ja Das ist immer so witzig, ne? Was sind das denn? Sag mal, wieso hast du hier einen Stein hingepackt? Was soll das? Du hast das sehen Ich brauche mir gerade eine Spitzhacke Warte, ich gehe dann mal einfach wieder hin Ich möchte nämlich gerne meinen Stuff wieder haben Ja, mein Stuff ist ja Der ist jetzt so im schwarzen Loch verschwunden Ne, meiner ist zum Glück noch nicht verschwunden Boah, du bist ein Monster Ja, 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 ja Nein Hey, da hast du Boom gemacht Ich brauche mal eben ein wenig Material Ich habe die Brücke ein bisschen gesprengt da hinten Du kannst dir noch einen Helm mitnehmen Bring dir einen halben Rücken, Ju Wo ist denn ein Helm? In der Kiste hier vorne, glaube ich Oder ne, in irgendeiner In der hier oben Was ist denn, du? Ach da Ne Lederkappe, wie hübsch So, erstmal ein bisschen Nehmen wir Erde mit Alter, die wird gerade schon wieder geknackt, Mann Was ist das? Der wachst Bricht gleich Ja, gleich bricht der wieder in der Wohnzimmer Deine Mutter bricht gleich Deine Mutter bricht gleich durch deine Wand durch Ja, weil die auch nicht unter, wo ihr im Wohnzimmer ist, ne? Musst dir echt mal vorstellen Deine Mutter bricht da jetzt echt so durch, ne? Und du sagst Einen Kopf zum Gesack, Mann What the fuck? Waaah Nein Mann Oh, ich habe einen Helm gefunden Ja, das ist meinstum Ich habe mich noch ganz schön zitiert Ja, habe ich gewerkt Aber du hast nur einen Helm dabei Und, ne, er hat er noch Und ein Schwert Ja, das ist doch Ah, sehr gut Okay Ja, ist kalt an der Brücke, Mann Pass auf, das Skelett Ich weiß Du Benner, ich will da drüben noch Ach, die Brücke Der Benner Hey Du Benner, ich will da jetzt halt bauen Bist du nicht gleich tot? Ne, 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 geht noch Guck mal Nein, oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Schnell rein hier so Zack Es hat geklappt, Justin Ja, ich habe dir das gelöckelte Okay, warte mal Wie sind wir denn hier rum? Das hatte ich auch noch gesprengt Ich war vorunter mir bricht gleich so Enderman Ah, verpiss dich Nein Du kaffst sie noch an, Alter Boah, der kommt wetten gleich wieder Ich wette mit dir Boah, ich habe einen halben Scherz Lauf schwer auf die Insel Ich habe trotzdem noch ein halbes Herz Ich habe auch nicht zu essen dabei Ja, ich auch nicht Ja, aber, Alter, guck mal, wie viel auf der Insel jetzt schon sind Ich spiele sich gar nicht aus Mein Checktopack ist gerade so ein bisschen grünisch und so Ja, nein Ich chill mal hier oben auf der Brücke Ich nehme, glaube ich, jetzt mal was zu essen mit Warte, haben wir doch hier irgendwo Irgendwo müssen wir doch hier was zu essen haben Das kann doch nicht sein Wir hatten immer, äh, bis jetzt haben wir voll oft Hungernot Also wir haben fast immer Hungernot Irgendwie müssen wir echt mal Da sind zwei Endermänner auf dem Weg, Alter Was ist das? Irgendwie müssen wir echt mal mehr anpflanzen, habe ich so das Gefühl Und ein Skelett Es kann doch nicht sein, dass wir so viel Hungermangel immer haben, irgendwie Sind wir einfach zu Sind wir unzufähig Sind wir zu unfähig, um Sachen anzupflanzen Ja, wir haben doch Sachen angepflanzt So die Wacke, äh, das dauert immer Ewigkeit, bis die wachsen Wir haben auch, wir haben aber noch voll viel Knochenmehl Ich glaube, wir müssen da echt mal mehr Felder hinballern Oder so Und nicht so viel Essen mitnehmen Nicht so oft geste... Oh Jetzt ich glaube, ich gestorben bin, äh, da hatte ich eh nichts zu essen dabei Ja doch, ich schon Ich glaube, es ist drei... Ich habe sie ja davor aufgerissen Drei essen noch, oder so So, wir gehen jetzt da drüben hin Ich hole jetzt mein Stuff wieder Und dann gibt's eins auf die Fresse, du Benner da hinten Du Bennerskelett, ey Ich wette, das schubst mich gleich wieder runter, ne Dann kriechen aber einen Krampf, du So Schnell weg hier Ich kann nicht versprinden, scheiße Ich habe nichts zu essen mehr, ich kann nicht sprinten Das scheiß... Die scheiß Penner hier wieder Boah Oh, ich brauche erstmal... Ich esse mal eben ganz schnell was Und jetzt schnell weg hier Ha, Baby Zombie Ich habe ein Problem, ne Ich habe nichts zu essen Ich kann nicht sprinten, ich... Baby Zombie, warte Komm, ich kann da nicht lang gehen, weil ich nichts zu essen habe Aber ich schaffe das da nicht durch Ich muss nach Hause und Essen holen Ach du Scheiße, ja, ja Hol noch was, das ist noch ein bisschen was Ich gehe jetzt erstmal... Ich stehe wahrscheinlich gleich, hier ist ein Skelett Ja, ist ja scheißegal Ich gehe ja gleich... Ich muss nicht... Oh, nee, da ist ein Creeper Ich gehe jetzt gleich mal eben hier kurz nach oben Und probiere da oben jetzt irgendwie mal was zu reißen Weil ich brauche meinen Stuff da wieder Der liegt da hoffentlich noch Hoffe ich auf jeden Fall mal Hoffe ich auch Ja, ey, weil da war nämlich auch so ein gutes Digaschwert und sowas noch dabei Ach, das ist... Ja, stimmt, von dem Skelett, das hast du mitgenommen, ne Mhm Deswegen Ich wäre aber auch noch dieses von diesen, äh, einen... Also, ich wäre aber auch noch so ein Schwert, oder? Fick dich, Skelett, fick dich doch Das war richtig knapp, gerade bei mir Fick dich, du Scheiß Hurensohn-Skelett Nein, du Hurensohn-Skelett Nein, 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 du Penner Ich bin schon wieder tot gewesen Was soll denn das? Ey, das Skelett ist gerade auf mich... Okay, die Zombies haben das Skelett runtergeschmissen Beihärzen Na toll Ah, ein halbes Herz Ich war fast da Lebe Äh, äh, dieses Penner, weg, tschüss Dieses Penner Mhm, dieses Penner Penner Penner, ein halbes Herz, Alter Etwas So, passt auf, jetzt Warte mal, warte, warte, warte Sind wir hier ein bisschen Knochenmeh, wo haben wir das denn? Vieren... ach, das ist hellgrauer Farbstoff Schlag mich mal, schlag mich Ja, dann brauche ich nicht zu essen, deswegen Ich habe meine Sachen hier kurz hingeschmissen Und dann brauche ich, äh, nicht zu essen Das ist gar kein Knochenmeh, das ist Farbstoff Wie scheiße ist das denn? Ja, wir haben auch noch nicht so viel Knochenmehl Ich glaube, wir haben immer fast alles aufgebraucht oder so Wir müssen doch hier irgendwo noch Knochen haben Wir sterben ja immer So könnte man es auch sehen Hä, wo hast denn du hier Farbstoff Ja, in der Kiste Wo ist der Farbstoff? Die ganze Reihe unten Unten ist die... Achso, ja, bei mir sind das jetzt Gläser, deswegen Ja, ähm Wie bei wie vielen Minuten sind wir überhaupt schon? Bei... ach, genau, 15.30 Ja, gut, okay Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde von SkyCaball wieder Oder in der nächsten Folge Wenn es euch gefallen hat, positive Wertungen nicht vergessen, ne? Und, ähm, ja, ich hoffe in der nächsten Folge schaffen wir die Insel da Oder kommen zumindest da auf die Insel und kriegen mein Stuff wieder Gut, bis dahin Haut rein, tschüss! Tschüss! Tschüss!